und da sind wir zurück natürlich wieder so er schläft wenn er aufsteht ja kann tun lassen was will wir damit irgendwie quatschen um sein sozial zu steigern so das ist ein ziel das alles gemacht hat dann kann sich hier auch ein gericht nehmen was kannst du da machen tja da kannst du wieder ganz normal hier bilder malen er kommt auch gleich nach hause er wird ihr auch befördert eben noch vier tage bis sie opis sind dann werde ich wenn sie das alles gemacht hat werde ich mit ihr charisman werde ich zuerst steigern und da kam er nach hause wirst du was muss er machen hat die alles erfüllt das ist doch keine mixen weitermachen kannst du auch hier essen dann darfst du duschen gehen und dann mixen üben so zwei tage noch immer so dann können wir das ganze bisschen beschleunigen ach sie ist mit dem bild fertig so tiefer dann mal doch was schönes das müsste doch charisma davon spielt auch üben können genau reden üben so wie lange noch zur arbeit sieben stunden das heißt er wird nochmal aufs wc gehen verwenden dann etwas essen dann kann er hier ein bisschen fern gucken ach die ist mit dem bild immer zu schnell fertig ein meisterwerk wieder ja nur sein hier in die küche häng ich hier hin schlafzimmer er tanzt hier auch schon wieder dämlich herum wie sieht es hier beim mixen aus ach sie hat auch schon gegessen ne hat sie nicht ach jetzt gesessen er pennt noch immer ich muss ihn aus dem bett holen sonst kommt mir mit dem rest nicht mehr klar das ist schwierig mit vier personen komplett den ganzen haushalt zu regeln einigen arbeiten andere nicht ich könnte eine haushälterin einstellen die was hier das zeug immer wegräumt kohle hätten wir ja genug wenn ich mir wirklich das perronhaus kaufe dann das kostet mir ja 315.000 so was hast du hier gemacht ach das ist noch nicht ganz fertig ja jetzt sind wir acht stunden zur arbeit hm hm Du hast es fertig gemacht. Das ist ja toll. Oh ja, das war das jetzt. So, da ist irgendwo die Dusche kaputt oder was ist denn hier kaputt? Ach, ihre Dusche ist kaputt. Tun wir reparieren. Dann säubern. So, aufräumen. Aufräumen. Diehst du genug Zeit noch bis zur Arbeit, genau. Und dann kannst du den Garten pflegen. Weiterentwickeln. 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 So, hier gab es auch irgendwas. Weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Sonst ziehe ich gerade... Hm, war da was? Nö. Hm, wo ist denn sie schon wieder? Ach, sie wisch gerade auf. Ach, sie hat gut die Dusche. So, jetzt ist schon wieder Hunger. Ja. Was macht ihr hier? Kochen. Ja, das wird sich vermutlich eh nicht ausgenannt. Dann müssen wir fünf Stunden auch zur Arbeit. Zwei Stunden zur Arbeit. So, er pflegt den Garten. Gut. Da steh mich jetzt mit Bart herum. So, du kannst ja... ... dich einfach hier hinsetzen. ... dich einfach hier hinsetzen. Ha, 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 ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Dann kannst du dich hier hin. Dann kannst du mit dir quatschen. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! So, sie muss auch aufs WC. Und duschen. Danach kann sie das verkaufen. Hm. So, hat sie jetzt drei erreicht schon? Nö. Nö. So, werde ich mal einen Schluck nehmen. Ich bin dort fertig noch von letzter Nacht. Ein bisschen lang und ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. Na ja. So, da hat sie drei erreicht. Das heißt, ich müsste sie nur noch ein bisschen was verdienen. Was ist da? Was ist da? Können wir das wegmachen? Das heißt, sie braucht Spaß. Was zum essen? Irgendwo ist was kaputt. Rechner? Ne. Ähm, was hat sie gesagt? Was hat sie? Ach, das ist pleite, dass sie ja unerprobt ist. Ach, er räumt gerade ein bisschen weg. So, genau. Ach so, er tanzt. Was sagt der Timer? Drei Stunden. Hm, gut. So, dann kannst du hier reparieren und das andere hier auch reparieren. Ja, sieh schon, da wird gut. Ach, ich sehe das kein Buch. Freiwillig. Oh, das licht hier echt schnell. Ja, ja. Ja, ja, ja. 4,5,1 gelesen jetzt. Es duftet hier so gut, ok. Oh Mann, hier sieht's aus. Ähm, du, äh, is was? Is was gescheit. Mäuschen, du kannst hier aufräumen. Äh, alles wegwerfen, ok. Und dann aufwischen. Da drin liegt wahrscheinlich auch irgendwo was herum. So. Hm. Hm. Plageärtsvorwurf. Hm. Hm, 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 hm. Ach, dann ignoriere ich den Lappen. Ich schau keine Ideen, der ist für mich gejaut. So, jetzt hätte ich gesagt, dann kann ich ja theoretisch nicht spielen gehen. Noch schneller zu ziehen dann. So, und danach kann sie reisen gehen. Dann gehen wir ein bisschen Geld verdienen. So, reisen mit? Ne, ich reise alleine. Um die Zehn ins Zehn. Ist fast um. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir ein bisschen mit Klavierspielen Geld verdienen. Verdammt, wir sollten vielleicht die Gitarre einboten. Klavierspielen kann sie ja nicht so gut. Zack, äh, unser Mentar platzieren. So, jetzt reisen. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei diesem Sphere. So, ja. So, ja. So, ein Moment, ein Moment. So, ja. So, ja.